Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Learn German with Falk. Ich bin Falk und ich werde heute mit dir über das Thema Cafés in Deutschland sprechen. Ein Besuch in einem Café. Gehst du gerne ins Café? Ich gehe sehr, sehr gerne ins Café. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan oder in anderen Ländern. Ich liebe es, einfach nur im Café zu sitzen, einen Tee zu trinken und die Leute zu beobachten. Kennt ihr das? Ich liebe es, einfach zu schauen, wie sich die Leute benehmen, wie sie sich verhalten, also was sie machen, wie sie sprechen, gestikulieren und ich stelle mir vor, wie ihr Leben ist. Also ich stelle mir vor, was sie vielleicht in ihrem Alltag machen, wo sie arbeiten und genau, also das ist praktisch wie eine Art Kino oder wie eine Art Theater für mich, im Café zu sitzen und die Leute zu beobachten. Ihr wisst vielleicht, ich persönlich trinke keinen Kaffee. Ich trinke lieber Tee. Besonders gerne trinke ich Kräutertees, wie zum Beispiel Kamillentee oder Pfefferminztee. Im Café kann man sich heutzutage natürlich auch eine Kleinigkeit zu essen bestellen. Zum Beispiel ein Stück Kuchen oder einen Keks oder sogar ein Sandwich oder ein Salat. Das ist natürlich abhängig vom Café. Also jedes Café macht es anders. Also lasst uns heute zusammen über dieses Thema sprechen. Na dann, los! Halt! Noch nicht los! Vorher möchte ich dir noch sagen, dass du das Transkript zu dieser Episode wie zu allen anderen Episoden auf meiner Patreon-Seite finden kannst. Den Link findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn dir meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren könntest und ihn mit deinen Freunden, die auch Deutsch lernen, teilen könntest. Vielen Dank! Episode 120 – Kaffeebesuch in Deutschland In Deutschland gehört ein Besuch im Café zum Alltag vieler Menschen. Ob am Morgen, um den Tag mit einem heißen Kaffee zu beginnen oder am Nachmittag, um eine kleine Pause mit einem Stück Kuchen zu machen. Ein Kaffee ist immer eine gute Wahl. Aber wie bestellt man eigentlich in einem deutschen Kaffee? Heute erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie das geht und worauf ihr achten solltet. Wenn man in ein Café geht, setzt man sich normalerweise an einen freien Tisch und wartet, bis die Bedienung kommt. Also die Person, die in dem Café arbeitet. Dann kann man seine Bestellung aufgeben. Also man kann sagen, was man möchte. Ein höflicher Satz ist, ich hätte gerne einen Kaffee. Ich hätte gerne. Das ist sehr höflich. Ich hätte gerne. Und dann sagt ihr, was ihr haben möchtet. Also zum Beispiel, ich hätte gerne. Ich hätte gerne. Ein Stück Kuchen und eine Tasse Kamillentee. Oder man sagt einfach, einen Cappuccino bitte. Das ist nicht unhöflich. Es ist auch höflich. Auch okay. Wenn ihr also sehr, sehr höflich sein wollt, dann benutzt am besten ich hätte gerne. Sie möchte also wissen, ob ihr nicht nur den Kaffee oder Cappuccino trinken wollt, sondern noch etwas extra. Ein Klassiker in deutschen Cafés ist ein Stück Kuchen oder ein Croissant. Ich würde sagen, das bestellen die meisten zu ihrem Kaffee oder ihrem Tee. Aber natürlich, nicht jeder bestellt etwas noch dazu. Viele möchten auch einfach nur ihren Kaffee oder ihren Kaffee oder ihren Tee trinken. Also nichts dazu. Ich würde sagen, auch ich trinke häufiger nur einen Tee. Und ein Croissant oder einen Kuchen esse ich nur manchmal dazu. Welches Getränk würdest du in einem deutschen Kaffee bestellen? Hast du schon einmal Apfelkuchen probiert? In deutschen Kaffees gibt es viele verschiedene Getränke. Neben klassischem Kaffee gibt es auch natürlich Cappuccino, Latte Macchiato oder auch eine heiße Schokolade. Die schmeckt natürlich besonders im Winter, wenn es draußen kalt ist, besonders lecker. Wer keinen Kaffee mag, also so wie ich, kann oft aus einer großen Auswahl an Tees wählen. In Deutschland haben alle Kaffees auch eine große Auswahl an Kräutertees. Einen Pfefferminztee werdet ihr zum Beispiel in jedem Kaffee auf der Getränkekarte finden können. Aber es gibt natürlich auch grünen Tee oder schwarzen Tee. Wenn man Glück hat, findet man auch exotischere Tees. Also vielleicht einen Ingwertee mit Honig oder einen Ingwertee mit Zitrone. Heutzutage gibt es ja ganz viele neue Teesorten in Deutschland, die besonders in den großen Städten, also zum Beispiel in Berlin, eigentlich auch in fast allen Cafés zu finden sind. In einer kleinen Stadt oder auf dem Land, denke ich, gibt es eher die klassischen Tees, also zum Beispiel den Pfefferminztee oder vielleicht den Schwarztee oder Grüntee. Typische Speisen sind natürlich Kuchen, wie zum Beispiel Apfelkuchen oder auch Käsekuchen, einer meiner Lieblingskuchen. Obwohl ich sagen muss, dass der Käsekuchen von meinen Eltern bzw. früher von meiner Oma der leckerste war. Also Käsekuchen esse ich lieber zu Hause. Aber in Cafés schmeckt der Käsekuchen auch lecker, also keine Sorge. Aber es gibt natürlich auch kleine Snacks wie belegte Brötchen, zum Beispiel mit Käse oder Salami. In vielen Cafés gibt es auch saisonale Angebote, wie zum Beispiel Kürbiskuchen im Herbst oder der klassische Erdbeerkuchen im Sommer. In Deutschland ist Höflichkeit beim Bestellen sehr wichtig. Wenn die Bedienung den Kaffee bringt, sagt man Danke oder Dankeschön oder auch Vielen Dank. Am Ende, wenn man zahlen möchte, ruft man oft freundlich Zahlen bitte oder man hebt die Hand und sagt Entschuldigung, ich möchte gerne zahlen. Es ist auch üblich, es ist üblich, also es ist normal. Die Menschen machen es normalerweise. Es ist üblich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Trinkgeld und das ist von Person zu Person auch abhängig. Aber ich denke, im Durchschnitt geben die Leute zwischen 10 und 15 Prozent Trinkgeld. Also zum Beispiel, wenn ihr 10 Euro für einen Kaffee und ein Stück Käsekuchen und vielleicht noch einen Keks bezahlt habt, dann würdet ihr mindestens einen Euro Trinkgeld geben. Aber natürlich kann man auch ein bisschen mehr Trinkgeld geben, also wenn der Service besonders gut war, also die Kellnerin oder der Kellner besonders freundlich. Vielleicht hat euch auch der Kellner eine tolle Empfehlung gegeben. Also er hat vielleicht gesagt, ah, sie sollten den Kürbiskuchen probieren, der ist heute besonders lecker. Oder vielleicht hat er auch einen lustigen Witz gemacht. Also wenn der Service besonders gut war, kann man auch gerne etwas mehr Trinkgeld geben. Aber 10 bis 15 Prozent, das ist Minimum. Also wenn man das Trinkgeld gegeben hat, dann sagt man, stimmt so. Man sagt damit, das ist okay, ich möchte nicht mein Wechselgeld zurück. Zum Beispiel, wenn der Käsekuchen und der Kaffee 5 Euro kosten und ihr gebt dem Kellner direkt 8 Euro und ihr sagt, stimmt so, dann weiß der Kellner, okay, ich muss jetzt nicht 3 Euro zurückgeben, sondern das Trinkgeld ist inklusive. Ein ganz wichtiger Satz, stimmt so. Den müsst ihr euch unbedingt merken, wenn ihr das Trinkgeld gebt. In vielen Cafés ist es normal, dass man sich Zeit lässt und das Getränk in Ruhe genießt. Also auch ich bin jemand, der nicht nur 10 Minuten in einem Café verbringt, sondern, ja, vielleicht mindestens eine halbe Stunde. Ich möchte meinen Tee in Ruhe trinken, möchte bei gutem Wetter die Sonne genießen und wie ich am Anfang erzählt habe, beobachte ich natürlich auch gerne die Leute auf der Straße oder vielleicht auch im Café. Viele Cafés haben auch eine tolle Hintergrundmusik, also vielleicht entspannte Instrumentalmusik, Klaviermusik, Jazzmusik und das hilft natürlich auch beim Entspannen. Und wie ist es in deinem Heimatland? Wie lange bleibst du, wenn du in einen Café gehst? Und gibst auch du in deinem Heimatland Trinkgeld? Wenn ihr das nächste Mal in Deutschland seid, versucht doch, eure Bestellung auf Deutsch aufzugeben. Versucht es, traut euch. Keine Sorge, die Kellner werden euch verstehen. Übt die Sätze einfach vorher ein bisschen, damit ihr euch sicher seid, damit ihr Selbstbewusstsein habt. Zum Beispiel, ich hätte gerne und dann, was ihr möchtet. Also zum Beispiel, ich hätte gerne einen Latte Macchiato. Und wenn dann der Kellner fragt, möchten sie noch etwas? Dann kannst du wieder sagen, ich hätte auch gerne und dann, was du gerne hättest. Mit ein bisschen Übung werdet ihr schnell sicherer und dann könnt ihr den Café-Besuch noch mehr genießen. Und denkt daran, in einem deutschen Café geht es darum, sich zu entspannen und den Moment zu genießen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem nächsten Café-Besuch. Habt ihr schon einmal auf Deutsch in einem Restaurant oder in einem Café bestellt? Und wenn ja, wie war eure Erfahrung? Schreibt es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln Bestellen To order Die Bedienung Service Waitstuff Trinkgeld Tipp Klassiker Classic Höflich Polite Belegen Belegen To top For example A sandwich Saisonal Seasonal Sich entspannen To relax Die Übung Practice Genießen Genießen To enjoy Genießen To enjoy Genießen Also, das war es mit der heutigen Episode. Hast du alles gut verstanden? Wenn nicht, höre die Episode doch einfach noch ein zweites Mal! Wenn du das Transkript zu dieser Episode haben möchtest, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Du findest jetzt auch in meinem Transkript Übungen, mit denen du das, was du in dem heutigen Podcast gelernt hast, üben kannst. Es lohnt sich also, definitiv mein Transkript auf meiner Patreon-Seite auszuchecken. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt heute etwas Neues gelernt und ich hoffe auch, dass ihr den Podcast genossen habt. Wenn ihr Tipps habt oder wenn ihr ein Thema habt, über das ihr mich sprechen hören wollt, dann sagt mir einfach Bescheid. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes hören wollt. Schreibt mir auch gerne eine persönliche Nachricht bei Patreon. Wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Episode. Tschüss!